Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zur Assassin's Creed Odyssee. Wir haben einen Po-Hunt. Ja. So. Erstmal fertig machen hier. Ich muss in das Lager rein, stimmt's? Ja, stimmt. Okay. Okay, entdeckte Anführer, gefestigt. Hier muss ich dasselbe machen? Ich muss es immer machen. Wow, der ist nah. Der ist verdammt nah. Ach, was für ein Level habt ihr denn? Wer pfeift denn da? Ja, komm du als erstes. Komm. Hey, hast du von dem neuen Ausbilder gehört? Was? Wirklich? Komm zurück aus dem Ruhestand, um unsere Rücken zu stellen. Na toll, jetzt kommen sie beide. Ja, ist egal, wer kommt. Jetzt kommen sie wieder bei. Jetzt kommen sie alle drei. Das ist doch nie wahr, ey. Da ist sie ja! Du hast keine Chance! Du schießt mich nicht ab! Okay, okay. Ich kann die nicht blocken. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist hier los? Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keine Pfeile mehr. Wieso sind denn das jetzt zwei? Ach, Leute, ey. Du bist wirklich ein Gegner. Perame Schwein. Ganz allein gegen Sophie. Du kannst nicht ewig kämpfen. No. Fuck, ey. Weil die ich... Okay. Mhm, mhm, mhm. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Jo. Okay, hier passiert nichts. Du hörst mir wirklich überhaupt nicht zu, oder? Nein. Der hat mich nicht gefunden. Äh, nicht gesehen, oder? Bitte, habe ich nicht gesehen. Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, fuck, ey. Dass die das nicht mitkriegen. Irgendeine Spur? Nein. Einfach weg. Jetzt ist es vorbei. Nein. Nein. Und schaff dir die Klinge vom Hals. Ah, ich muss fliehen. Ich sterbe. Ich sterbe. Ja, komm. Ja, komm. Töte ich mich. Du bist aus dem Weg und das Geld gehört dir. Ja, ja, komm. Meine Fresse. Nee, ey. Das... Mein Problem ist, dass ich diese Scheiße nicht kann mit diesem Anschleichen und leise sein und abwarten, Geduld mitbringen. Ich kann das absolut nicht. Ikarus, der Jäger. Wenn er hungrig ist, wird Ikarus jagen gehen, denke ich mal. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Oh, hier ist irgend so ein Löwe oder sowas. Oh, hier ist es. Ja, mach dir da mal. Ich mach dann hier. Scheiße. Ey, endlich hat's mal einer von euch kapiert, ihr Säcke. Der Boss darf mir nicht entgegenkommen. Ich muss dann... Du hast keinen. Du hast keinen. Du... 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 Gemeinsam kriegen wir sie. Sicher doch. Hm. Keiner ist hier? Hier ist nichts. Nicht die Konzentration verlieren. Ich darf diesen Boss da nicht. Wenn der, wenn die... Okay, das klappt schon mal super. Der Nächster? Jetzt schleiche ich mich wieder hier? Die hängen natürlich jetzt zusammen, ne? Der mit dem Pferd ist auch noch da. Ja, jetzt wird der misstrauisch. Das war ein Meuchelmörder. Sehr schön. Der eine hat nichts mitgekriegt. Ich sollte Gelon von Gigi erzählen. Mal vorher noch schön räubern gehen hier. Kriegsvorräte verbrennen. Wo haben die denn hier Kriegsvorrat? Oh. Oh. Ja. Na los, spring. So, erledigt, erledigt, erledigt. Ne, Karte möchte ich gucken. Habe ich, habe ich, habe ich. Ja, das muss ich noch später mit dem Boot machen. Dahin, zurück. Pass auf, dann machen wir mal... Weil da jetzt jemand sitzt. Ah. Mach mal eben eine Schnellreise, damit wir da die Quest abgeben können. Shop. Shop. Willst du dein Spiel mit Kohlen gegenseitig sein? Im Shop gibt es eine. Ja. Aber sau teuer. Habe ich mal. Aber ich finde das Pegasus Set so toll. Aber das kostet fast 20 Euro, ey. Das ist ein bisschen zu teuer. Ich meine im Prinzip, ne, nur für so eine Rüstung und Waffe und ein Pferd. Also... Weiß ich nicht. Aber ich würde es wahrscheinlich kaufen. Weil ich es... Oh, ich fände es so toll. Was kann ich eigentlich in dem Haus des Anführers tun? Hier werden sie besonders wachsam sein. Kriegsvorräte kann ich verbrennen. Ich weiß zwar nicht, wo die sein sollen. Oh, warte. Ich will mir heraus, was das war. Du wolltest es so! Na? Wow. So... Wie geht also? Und dannuto! Werkur! Würführ!! Ha, 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 ha! Das sch Kelvin ins! Nachbrem! Ta! Ta an! Front! Mein Gott, ey! Ich hab keine Pfeile mehr! Scheiße! Lautlose Assassine! Ja, nee, geht nicht! Ich sterbe bei diesem Spiel ziemlich oft. Okay, die mit dem Krönchen auf dem Haupt, die gehen nicht sofort kaputt. Ich muss mir das unbedingt merken, ey. Ja, das war nicht durchdacht. Ich weiß auch nicht, warum sie jetzt einfach so da runtergesprungen ist. Ich weiß nicht, ob eigentlich B gedrückt. Ja, wir haben ja doch hier eine schöne Waffe bestimmt, oder? Guck mal hier. Ah! Was ist das hier? Was ist denn das? Stäbe? Warum soll ich einen Stab nehmen? Holzstreitkolben. Versuchen wir mal. Jetzt mach ich mir aber Pfeile. Ich hab Schuhe gekriegt. Aha. Wo noch was? Ach mein Gott! Ich wollte den Helm eigentlich behalten. Kann ich auch. Was? Oh, Fäi! Wir werden die in der Erde. Wir werden die in der Erde. Wir werden die in der Erde. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Erstmal schön stehlen. Wo sind die denn? Möchte da unten irgendwo sein, ne? Wo? Hat die denn jetzt einfach da so hingetreten? Erst die Treppe runter. Ich hab hier aber auch... Hier ist auf jeden Fall nichts. Dann muss ich tiefer gehen. Ist da jemand? Ja, komm her. Ich versuch's jetzt einfach mal so. Ich versuch's jetzt auf jeden Fall. So, das hab ich auch. Mal weiter nach unten. Den einen hab ich im Auge. Na? Na? Es dreht sich gerade schwer. Ach, da ist noch. Eine ist hier noch. Oh fuck. Ah, es sind nur noch drei Stück übrig. Dankeschön fürs Zeigen. Oh. Fuck. Oh nein. Oh, bitte geh weiter. Oh, bitte. Nein. 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 Ich werde gerne noch nicht retten. Ja. Cool. Besser geklappt, als ich dachte. Ich habe hier noch einen. Der geht da oben spazieren. Das war nur noch einer, ne? Oh, fuck. Das wird ein Spaß. Na komm her. Ja! Oh. Na? Jawohl! Hunde braucht ihr nicht holen. Ich bin hier. Wo ist der Nächste? Und der Nächste. So, Haus des Anführers, check. Vielleicht kann man beim Schmied Pferde kaufen, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Ich fand dein Schiff. Und? Jetzt komm schon, wo ist es? Wo ist meine Giki? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Meine Güte. Zeus könnte ganz Athen schwängern in der Zeit, die du brauchst, um den Mund aufzukriegen. Wo sind sie? Sie sind tot, klar? Und dein Schiff ist gesunken. Ach, meine Giki. Ich hab nur ihr Armband gefunden. Giki. Dann bin ich wohl keine Schiffsführerin mehr. Ohne Schiff, keine Schiffsführerin. Sie könnte ja. In meiner Besatzung wäre noch Platz für dich. Es ist nicht dasselbe wie ein eigenes Schiff, aber du wärst Teil der Familie. Nun, ich wär lieber wieder auf See, als hier bei diesen frommen Idioten. Abgemacht. Aber nur, bis ich wieder auf eigenen Beinen stehe. Natürlich. Nun, wo ist dein Boot? Schiff. Sie heißt Adrastea. Wenn du es sagst, Schiffsführerin. Ja. Und noch einen mit einkassiert. Das ist doch wunderschön. So, wen haben wir? Kann ich jetzt... Ja, Stufe 11, genau. Ich kann was ausrüsten. Uh, sehr nice. Äh, 11. Was haben wir denn da? Wir haben einmal den und wir haben einmal den. Hatten die 10, 72. Ja. Cool. Cool. Ich seh jetzt aber auch kein Schmied hier. Ich hätte aber ganz gerne mal einen Schmied. Gästehaus entdeckt. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Fuck. Okay, schön. Äh, Karte. Karte, 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 Karte. Da muss ich hin. Die Wahrheit will raus. Aber erstmal gebe ich hier die Quests ab. Die Questen? Die Quests ab. Spürungvorteil. Ja, Gravur. Super, aber ich muss erstmal einen Schmied finden. Ich hab sonst wirklich nirgendwo anders, ähm, einen Schmied, äh, irgendeinen Händler gefunden oder sowas in der Art. Ab innen die Blumen. So, dann bist du der Erste. Jo. Schönes Abrollen. Gute Neuigkeiten. Ich habe sie. Sollte ich fragen, warum sie blutig sind? Naja, die Priester waren keine guten Diebe. Wenn ich nur ein bisschen jünger wäre, hätte ich versucht, die Belohnung runterzuhandeln. Zum Glück bist du alt. Hier ist ein kleines Stück aus der Schatzkammer. Ja, niemand wird es vermissen. Hoffentlich. Sonst musst du einen anderen Söldner hinter mir herschicken. Chiere Foteos. Hm. Wenn du jemals diesen alten Hund Marcos wieder siehst, sag ihm, du verlangst einen Mindestlohn. Hm. Gut, ich muss mich aber verabschieden und sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. I see a line of colors and their own faked with blood. With flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and when we look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is bland. I see my red door run with heaven faded blood. Maybe then I'll fade away and I'll have to face the things. It's nice if facing up when your whole world is bland. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the center. My love will laugh with me before the morning cloud. I want to see you, baby, 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 baby. Black as night, black as moon, see the sun. Now that I'm from the sky. Oh, 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 I want to see you, baby, 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 baby. I see your red door run with heaven. Black as night, black as moon, see the sun. Black as moon, see the sun. No more will I spell it out of the sky. I want to see you, baby, 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 baby. I see the girls on my dress back in the summer clothes. Black as moon, see the sun. I have to turn my head into my darkness. Yeah.